Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Und nichts kann uns aufhalten. Das hast du gut festgestellt. Okay, da können wir nicht drüber. Okay, da können wir nicht drücken. 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 Okay. Okay. Okay, da können wir nicht drücken. Okay. 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 Oh. Ja, natürlich, weil wir müssen ja da wieder erlang. Ach, Komodo, Komodo. Heilung. Wertvolles Gut. Wie soll ich denn das machen? Oh. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Lass mich für einen Moment. Please hold the line. Alle sind irgendwie miteinander verbunden. Wir müssen nur die Linie hier sehen. Dann geht das. Wenn man die Linie hier sieht, dann geht das. Oh, schauen wir mal. Hier ist das Gesicht. Oh, ich hätte jetzt so das Herz, Kaspar Gret. Wenn das Gesicht auf einmal angefangen hätte mit mir zu retten. Oh, das wäre so der Moment. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifest? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Hier war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. What the fuck? Dann ist das? Ich hab ihn. Der Messer, Junge. Ach Gott, Zurück. Wo sind das wieder? Oh, was sind das viele? Scheiße. Oh, was sind das wieder? 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 Oh, was sind die Zeit zwischen deinen Schüssen? Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Oh, was sind die Schüssen? 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 Jetzt reicht's! Oh, was sind die Schüssen? Oh, was sind die Schüssen? Oh, was sind die Schüssen? Ich bin jetzt verletzt! Junge! 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 Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön. Mann, oh 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 Mann. Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Da ist die Tür. Hey! Hey, es singt. Ich höre... Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Wer? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Er kann's wohl anfassen. Bleib hier. Aber ich... Bleib hier. Wow, das ist für Götter. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was ist das? Faye? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Oh, was für ein Szenario haben wir jetzt? Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Mir folgt irgendwo der Singstimme. Also der Mutter des Sohnes. Der Mutter des Sohnes unserer Frau. Überall sind Raben. Ist das unser Haus? Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir. Bringt mir nichts weit. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Oh. Der Sohn ist wohl nicht so glücklich mit uns. Der Sohn hätte lieber gewollt, dass wir Kratos tot sind. Wann hat die Mutter. Oh, das ist krass gemacht. Aber ich meine das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Oh, das ist krass. Ich weiß, dass du das nicht so glücklich bist. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment... Furt. Nein! Du warst sehr, sehr lange, Furt. Ich wusste nicht weiter! Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich? Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. De Claire hat Amok gelaufen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Jetzt ist der Claire abgehangen. Ja. Ich krieg die Axt nicht. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Lichtpfeile. Okay. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Die Treppe ist blockiert. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Humm. Nein. Jetzt trefft doch! Vielleicht muss er da eh betroffen. Nee, muss er nicht. geht was ihn los warum wird kriege ich das dann überhaupt a geburt warum wird das a geburt wenn man es dann doch nicht braucht ja 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 Das war's für heute. Wo sind die Andere? Wow. Okay. Ich glaube es reicht uns mal. All right! Okay. Okay. Da waren echt nur zwei nötig. Okay, 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 okay. So. Und von hier müssen wir jetzt das Dreier machen, oder? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier nicht. Wir gleich laufen da rüber. Von hier müssen wir auch das Dreier nicht machen. Das ist die Ziele. Ich bin der Hauptmann. Nein, das ist entstanden. Ich bin der Hauptmann. Die Ziele. Ja, ich bin der Verwärter. Also, ich bin der Fall Vorhön trafen. Ich habe den Fall vor, weil ich bin der Fall. Was ist das? Führ uns auf den Weg zurück nach oben. Führ uns auf den Weg zurück. 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 Das kann man gar nicht verpissern. Okay. Okay. Führ uns auf den Weg zurück. 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 Führ uns auf den Weg zurück zurück. Oh, sieh nur. Die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Schüsseldiesel. Was bedeutet das? Samen. Prägt er die Form ein? Ja, ich weiß. So geht's doch. Geh doch hoch. Oh. Es muss noch ein Neuerkunden sein. Natürlich, das ist alles egal. Das ist gut. Dann haben wir wieder das Steinchen. Dann muss das Steinchen hier rein, das auch immer es hier auslöst. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Und den möchte ich hier hochwerfen. Richtig. Noch nicht gewesen. Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Nämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Kommt da jetzt was ganz Großes raus. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Was liegt hinter dieser Tür? Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Meine Sturmtruppler. Haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Es ist so gemein. Guckt mal. Ciao, ciao. Ciao. Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Ja, es ist jetzt doch noch so viel passiert, dass ich es angelassen habe. Ich wollte eigentlich nur so gagmäßig die Tür öffnen. Aber es ging ja doch nochmal gut ab. Also, verlängern wir die Runde. Ein wenig. Die Gefangene sind raus. Die Gefangene sind raus. Der Kleine will hier lang. Na toll. Jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Ich kann sie festsetzen. Die Gefangene sind raus. Das war's für heute. Wo müssen wir hin? Mit ihm war ich's Kloiss fertig. Er hat keine Chance. Wir schlossen ihn. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir schlossen ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist der Punkt, wo wir hin müssen, aber wo ist der Kristall? Schaut mal hier, schaut mal hier Vielleicht war er doch durchwölkert, das ist toll, weil er hat ja noch so doof gemacht Ja, schlossen Achso mal hier Okay. Irgendwas ziehen wir nicht. Die Sucherei. 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 Jetzt machen wir den Cut. Die Sucherei.